Ein Duell, auf das man sich gerne zurückerinnert. Und auch heute beginnt der SV Horn besser in diesem Spiel und kommt nach nur wenigen Minuten zur ersten richtig großen Möglichkeit. Faulankren im Strafraum Elfmeter und dann kommt etwas, was Sie sicherlich so noch nicht gesehen haben. Djordjevic legt ab, schießt den Elfmeter nicht aufs Tor. Radovan Vujanovic ist zur Stelle und macht das nächste Saisontor.